Hey, YouTube und Internet zurück bei Dead Island. Der Speicherpunkt hat mich zu Harlan gesetzt, der mich diesen zwei Benzinkanister bringen soll, was wir uns in der vorigen Episode überlegt haben, ob ich das machen soll und das Spiel hat für mich entschieden. Das Problem ist, das Spiel hat mir kein Auto hergesetzt. Oh, das ist blöd. Das ist blöd. Harlan, das ist blöd. Oh, sch. Jetzt kann ich den ganzen Weg laufen. Ich hasse Sport. Nehmen wir doch die Abkürzung. Was soll das für eine Abkürzung sein? Ich habe keine Ahnung, YouTube. Sagt ihr es mir? Du hast das Auto kaputt gemacht, du Arsch. Wieso donert es? Es ist wunderschönes Wetter. Also, wenn ich schon hier bin, dann mache ich doch diese verdammte Bestie, wenn die sind zwei Benzinkanistern. Ist ja nicht so weit, oder? Könnte irgendjemand diese Räne abstellen? Das wäre echt super. Dann muss ja nicht auf alles aufmerksam werden hier. Was? Ausweis? Ausweis? Ich will fahren. Okay, gib mir deinen Ausweis. Aber warum habt ihr mich nicht darauf aufmerksam gemacht? Haha, YouTube. Ah, okay. 100 Met ist doch nicht so weit. Wir haben es gleich. Internet. Okay, mir wird schon etwas schwindelig. Hallo? Plakatwoman. Wir wollen sie nichts stören. Okay, ich habe... Ja, hier geht es wieder rund mit den ganzen... Oh, Mann. Ruhe. Okay, zuerst säubern wir den Bereich. Wie ich die infizierten Asse, das könnt ihr euch gar nicht so vorstellen. Ich will eigentlich hier drauf hüpfen. Dankeschön. Du hättest nur umfallen, damit ich... Hey, voll doch um. Voll um. Autsch. Give me your money. Das ist elegant. Mein Freund, elegant. Okay, dann haben wir nur noch den Idioten. Das trifft sich gut. Was habe ich denn noch? Ah, ich habe den Polizeiknüppel wieder genommen. Ich wollte eigentlich ein bisschen modifizieren, like a pro. Aber gut. What shells? Wo ist mein Benzinkanister? Hier ist keiner. Aha. Benzinkanister. Den stellen wir... Nein, böse. Ah, der ist voll. Der ist voll, hört denn was. Hier auf. Und... Äffen. All right. Benzinkanister number one. Okay, du Kleiner. Du. Du. Lass mich den Polizeiknüppel. Alles probieren. Ja, wenn das schneller geht, ihr müsst verstehen. Ihr müsst verstehen. Stop. Stop. Knüppel time. Das geht ja ruckzuck mit dem Polizeiknüppel. Dein Freund und Helfer. Okay, I need another one. I need another one. Du, wage es nicht. Wage es nicht, mein Freund. Okay, wo ist dein... Nein. Kanister. Gib mir den Kanister. Und jetzt tschüss. Und tschüss. Langsam, 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 langsam. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben, YouTube. Macht keine Panik. Ich verbreite keine... Oh mein Gott. Prostat. Prostitut. Prostata. Prostata. Halleluja. F. Ich komme, um dich zu retten. Prostata. Prostata. Sie heißt Prostata. Was für ein wunderhübscher Name. Komm rüber. Komm rüber. Nein. Das war die F-Taste. Ich brauche die D-Taste. D. Wie danke. Okay, go. Alle wird sich freuen. Ich habe jetzt nicht wie ein Auto. Gott sei Dank. Das ging doch hochzucken. Kein Problem. Hey, du. Ah Gott. Genau rein. Das muss man erstmal schaffen. Wohin führt dieser Weg? Ha. Ich schätze, ich werde es noch irgendwann herausfinden. In den nächsten 80 Pants. Jetzt ist aber Schluss hier mit der Pant. Wo folgt mich jemand? Wow. Okay. Gut ausgestiegen. Das hätten wir einfach haben können, aber... Na toll. Jetzt kommt er her. Halen. Und dann nimm doch was. Er dreht um. Er gibt auf. Hier hast du... Und jetzt erklär mir, wozu du die brauchst, wenn du kein Auto hier hast. Hier hast du den Dreck. Hier hast du den Dreck. Cool beans. Ha. Sie sollten die Lichter aufhören für ziemlich lange. Da gibt mir nicht nur etwas, sondern alles. 1.300 Dankeschön. Damit ist ein Tod finanziert. Der beste Weg, um einen von diesen infekten Freak zu nehmen, ist, dass du ein paar B**** auf Feuer stecken. All right. Sie werden sich in krispere Kriterien und das ist es für sie. All right. Du brauchst nur drei Flaschen Alkohol. Okay, okay, okay. Der andere hat mich beschissen mit seinen fünf Flaschen. Okay, drei Flaschen. Du bist mir sympathisch. Der Mann, dann werde ich was erzählen. Okay, damit haben wir diese Quest auch abgeschlossen. Und wir haben wirklich jetzt... Okay, die fortlaufenden drei Flaschen Alkohol. Der Mike mit seinen fünf Flaschen. Dieses Arschloch hat uns völlig beschissen. Svetlana will noch immer... Okay, kriege ich jedes Mal Diamanten? Das wäre ja... Excellent, dann kann ich mir 100 Diamanten holen. Ja, natürlich funktioniert das nicht. Denn woher kriege ich 100 Flaschen Champagner? Könnte ich diese Quest... Ist markiert, ist markiert, ist markiert. Dankeschön, danke. Sechstausend! Beruhig dich, Mädel! Points! Wieso steckst du hinten ein? Bist du bekloppt? Du musst immer an Prostata denken, oder? Nein, ich will aufbleiben auf dieser Seite! Okay, wir fahren zum Hotel. Ich steige aufs Hoteltag. Und wir werden alle freuen. Richtig. Gut, ich bin beruhigt. Ich habe in dieser Episode etwas... ...Wichtiges erledigt. Und ich habe einen neuen besten Freund... ...für Molotow-Cocktails. Hey, Mädel! Warum stehst du hier so alleine rum? Weißt du nicht, dass es gefährlich ist... ...auf der Straße zu spielen? Ähm... ...da ist Toklis, ja. Oh ja. So viele infizierte Arschlöcher. Ich habe euch überfallen, eigentlich, oder? Steige aufs Hotel. Oh, naja, und da ist der hier. Gott sei Dank habe ich ihn in den Rückspiel. Okay, gut. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Die Freundin auch noch. Und hinter mir. Und? Nein. Hinter mir ist niemand. Okay. Oh, oh. Oh, wie könnte ich das? Elegant regeln? Weg, 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 weg. Naja. Elegant ist was anderes. Okay, ich muss raus hier. Huch. Okay, lass uns ein bisschen hier einsammeln. Großer Nagel. Damit könnte Bruno was anfangen. Wo ist mein Punkt hier vorne? Oh mein Gott, so viele Koffer. Die ganzen reise Koffer. Psst. Ich muss alle durchsuchen, YouTube. Seht ihr? 100 Dollar. 100 Dollar bis jetzt. Ich hoffe, niemand schlechst sich wieder von hinten ran. Kannst du ruhig sein? Ich habe keine Zeit. Batterien, okay. Telefon. Gib mir mal nie, mani, mani. Oh, guten Morgen hier ist aber einiges los. Ausweiß. Haha. Telefon. Handy. Ich hoffe, es war das neue Nokia. Ja, ja, ja. Entschuldigt mich. Es ist 10 Uhr, woher ist er? 104.8, respond. Das ist das Hotel. Vielleicht sollten wir in einer Stunde versuchen. Eine Stunde? Ja, eine Stunde. 104.8, bist du da? Da, kannst du uns hören? Das ist 104.9. Ja. Ja. Alright. Well, hang tight, 104.8, because we're coming for you, buddy. That is, if the offer still stands. Of course. Ich kenne einen Helikopter, und wir werden weg. Du gehst in der nearest Aircraft-Carrier. Aber erst, du musst hier hin. Wir haben wheels, wir haben Gas. Wir werden da hin. Wheels werden nicht kutieren. Ich kenne einen Moment, was wir? Ich kenne einen Moment. Wenn du ein High-Power-Teleskop hast, würde ich mich wagen. Das ist wo der Prison ist. Wer sind Sie? Ein Convikt? Speak! Mein Name ist Ryder White. Ich bin mit der BIDF. Banai Island Defense Force. Ich kam zu der Prison zu bekommen meine Wife. A Doctor, Emily White. Kann wir mit ihr? Was ist das? Komm wieder? Wir wollen sie mit ihr. Ich habe gesagt, sie ist bald hier. Ja. Beaten by one of the infected. She was trying to help them. Heal them. I only know all this because of her. Listen. You try to soften us up by making us feel sorry for your wife and then promise us a way off this goddamn island all from a fucking prison? Of course you're gonna be suspicious. How do you think I found you at the hotel? I'm a BDIF colonel. Not some thug in a cell. So why don't you call your own people? Contact the fleet. Do you hear how bad the reception is? A bloody monsoon's coming. The fleet is 80 miles offshore in the middle of the storm. The satellite's down. We're cut off. Any more questions? He's telling the truth. And how would you know? She's not just a hotel desk clerk, right? Time's running out. You coming or what? I guess we don't have a choice. But first we need to find a goddamn boat. There's no point. This is for nine. The prison is surrounded by a minefield. You have to find a guide through to the bunkers, inland to Mangindi, and find a smuggler called Moen. You know it's the way. Bunkers? Japanese bunkers from the war. They're mostly destroyed, so you should have no problem entering. They will lead you inland. All right, White. We're taking you at your word. If this is some kind of con, I will personally take you off at the head. Trust me. Okay. It's us against them. We'll be in touch. All right, White. Eh, was bin ich wieder hier? Verdammt. Ich bin im Stress. Nein. 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 Aus. Böse. Da falsche Moment. Ich kaufe ein Haar. Ich kaufe ein Haar. Shit. Du. 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 Und zwar. Danke schön. Versuch es nicht. Hallo? Ich bin völlig erschöpft. Das ist der Grund. Lass mich hier in kurzem Moment ausruhen. Jetzt. Ist aber gut hier. Wo sind meine 6000 Experience Points? Koffa! Wir sehen uns in der nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. YouTube macht's gut. Tschüss.